Hallo und herzlich willkommen, ich bin's, euer Dread und erstmal vielen Dank, dass ihr zu meinem neuen Torchlight 3 Video eingeschaltet habt. Eine der wichtigsten Fragen, sollte ich mir das Game kaufen oder nicht kaufen, das möchte ich mit euch in diesem Video klären und ich fühle mich dazu in der Lage, ein Review zu verfassen, das euch wirklich helfen kann, weil ich habe über 200 Stunden Spielzeit in diesem Game verbracht, seit dem Early Access und deswegen würde ich sagen, ich kann das ganz gut bewerten, weil ich bin kein Freund davon. Ganz ehrlich, Reviews nach einer Stunde, nach drei Stunden oder nach zehn Stunden, wo man das Endgame noch gar nicht so wirklich erlebt und erfasst haben kann, zu bringen und deswegen würde ich sagen, let's go und wenn euch mein Content gefällt, dann lasst mir doch ein Abo da hier unten, der rote fette Abonnieren-Button und helft mir auf den Weg zu 5000 Abonnenten. Kommen wir zum Anfang zu den negativen Reviews, dazu möchte ich ein, zwei Worte verlieren und zwar gab es sehr, sehr viele Reviews im Early Access, die negativ waren, gerade zum Auftakt des Games. Die Leute konnten drei, vier Tage nicht richtig zocken. Dieses Problem, was da entstanden ist, das habe ich in einem Retalk-Review, könnt ihr in meiner Playlist sehen oder auf meinem Kanal, da habe ich es genauer erläutert, was da das Problem war. Auf jeden Fall konnten die Spieler nicht spielen und das hat für viel Ärgernis gesorgt. Ich bin aber immer der Meinung, dafür ist ein Early Access da. Wenn ich in einen Early Access reingehe, dann weiß ich, das ist kein Full Release, da sind keine Tests vorher passiert oder wenig Tests mit so einer großen Crowd und deswegen bin ich da immer ganz relaxed. Ich bin da gar nicht mehr so, ich muss jetzt unbedingt und boah, nach einer Stunde, ich kann mich nicht einloggen, das Spiel ist der letzte Rotz. Ja, sowas zerstört Spiele und da ist natürlich immer die Diskrepanz, Early Access hat auch Vorteile, weil viele Dinge werden dann gemeinsam mit der Community entwickelt. Ja, und das muss man sich immer vor Augen halten. Machen sie kein Early Access, bringen sie halt ein fertiges Spiel raus und die Community hat sehr, sehr wenig Einfluss darauf. Die große Basis der Community. Ich gebe euch nur zwei Beispiele. Eine der größten Wünsche der Community war der Einzelspieler-Modus, wurde realisiert aus dem Early Access heraus, war natürlich schon etwas vorher bekannt, aber wie gesagt, das war das Feedback der Community. Wir wollen unbedingt einen Einzelspieler-Modus, der offline verfügbar ist und genau das wurde auch zum Full Release realisiert. Zweites Beispiel ist, es gab Items, die wurden zum Beispiel beim Aufheben, waren sie sofort lebensgebunden. Ja, das bedeutet, wenn man gestorben ist, dann hat man diese Items verloren. Der Aufschrei war groß, ich fand das so spannend, Nervenkitzel, ja, aber die Idee, die sie daraus generiert haben, finde ich wirklich genial. Und zwar sind sie hingegangen und haben lebensgebundene Rollen quasi entwickelt, wo du selber entscheiden kannst, diese auf deine Items zu bringen. Ja, das bedeutet, du hast selber die Möglichkeit, deine Items um 20% zu stärken. Das passiert nämlich, wenn die Items lebensgebunden sind. Aber du kannst es selbst entscheiden, auf welches Item du das setzen möchtest. Und kannst damit deinen Charakter verstärken, weißt aber auch, wenn du drauf gehst, verlierst du dieses Item. Und das kam auch aus dem Feedback der Community. Und da möchte ich nur sagen, genau dafür gibt es einen Early Access, ja, weil genau dieses Feedback brauchen Entwickler, um halt solche Spiele besser zu machen. Und deswegen muss man auch mit einigen Sachen, die im Early Access passieren, Bugs, schlechter Start, Serverprobleme, Lags, Downtimes, Downtimes, sorry, damit muss man einfach rechnen. Ja, damit muss man einfach rechnen. Und ich finde das auch völlig in Ordnung. Dafür mache ich einen Early Access. Zu den aktuellen negativen Reviews möchte ich sagen, einige Dinge, die dort stehen, stimmen. Ja, also das ist nicht alles nur Gold, was glänzt. Das muss ich auch vorweg sagen. Es gibt sicherlich einige Dinge, die kann man in diesem Spiel noch verbessern. Dazu komme ich aber gleich noch. Und ich muss aber sagen, viele von diesen negativen Reviews sind nach 4 bis 10 Stunden durchgeführt worden. Und da muss ich sagen, da könnt ihr das Game noch gar nicht überblickt haben. Ja, ihr wisst, sie kennen das Endgame nicht. Sie kennen die Vielfältigkeit nicht. Die Synergie-Möglichkeiten zwischen Fähigkeiten bzw. Skills und Rüstungsgegenständen. Und das macht das Spiel auch gerade aus. Und da muss ich sagen, da ist es ein sehr, sehr spaßiges und stabiles Game geworden. Kommen wir kurz zum Gameplay. Es gibt vier verschiedene Klassencharaktere, die ihr spielen könnt. Den Magier, den Scharfschützen, den Schienenkämpfer und den Robo-Schmied, den ihr hier im Hintergrund seht. Ich finde, alle vier lassen sich individuell spielen, geben ein anderes Spielgefühl und lassen sich auch noch mal komplett individualisieren. Hier den Robo-Schmied zum Beispiel im Hintergrund. Da kann ich euch sagen, den könnt ihr sehr, sehr stark als Mili spielen. Oder auch hier in diesem Fall als AOE-Range-Klasse. Und genau das macht das Game aus. Und außerdem gibt es noch fünf unterschiedliche Relikte, die ihr am Anfang auswählen müsst, die ihr im Spielverlauf nicht mehr ändern könnt. Das bedeutet, ich spiele hier gerade zum Beispiel den Robo-Schmied mit der Elektrode, einem elektronischen Relikt. Man könnte aber auch den Robo-Schmied noch mal mit anderen Relikten spielen. Und das gibt natürlich auch noch mal eine Vielfältigkeit im Gameplay. Damit sind die Charaktere und eure Möglichkeiten relativ flexibel, was man auch merkt und was auch Spaß macht. Im Moment gibt es drei unterschiedliche Akte, die ihr spielen könnt. Am Ende eines Akts erwartet euch immer ein Endboss und ihr geht durch verschiedene Maps, was ich völlig in Ordnung finde. Ich muss sagen, einen kleinen Punktabzug. Wenn man am Ende eines Aktes kommt, dann wirken die Maps sehr, sehr identisch. Ja, also da hätte man sich eventuell noch mal etwas flexibler entwickeln können. Mehr Flexibilität in die Map-Gestaltung. Aber ich muss sagen, wenn man sich eine Map anguckt, hier sind wir gerade auf eine sehr, sehr viele Details, die Spaß machen. Ja, finde ich sehr gut gelungen. Und wie gesagt, mir gefällt halt auch der Style, weil das ist Torchlight. Es gab ja so oft, oder hier auch die Effekte, ja, die sehen halt nicht schlecht aus. Ja, da wurde noch mal dran gearbeitet, die Rüstungen glänzen. Es sieht wirklich gut aus, weil es ist halt der Torchlight-Style. Genauso wie Minecraft aussieht wie Minecraft und Borderlands aussieht wie Borderlands. So ist das, ja. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass es eventuell aus einem Mobile-Gedanken kommt. Wobei ich jetzt das feiern würde, wenn es Torchlight 3 auch mobile spielbar wäre und ich morgens schon bei diversen Tätigkeiten anfangen könnte zu farmen. Ja, also ich finde, ich finde überhaupt nicht, dass es schlimm ist. Viele Details. Aber wie gesagt, in der Map-Gestaltung hätte man vielleicht noch etwas flexibler sein können. Zum Trash möchte ich sagen, es gibt unterschiedlichen Trash, unterschiedliche Bosse, aber die wiederholen sich irgendwann sehr schnell. Das bedeutet, dort hätte man auch noch an der Vielzahl arbeiten können. Deswegen ist das für mich auf jeden Fall ein kleiner Punkt Abzug in der Gestaltung der Maps, in der Flexibilität und an der Trash-Vielfalt. Wobei es schon einiges an Trash gibt. Dann möchte ich auch noch sagen zur Story, ja, man besiegt hier zwar Endbosse nach Akt, ja, ich möchte wie gesagt nicht so viel spoilern, aber die Story ist quasi nicht existent. Also für Leute, die ein absolutes Story-Game jetzt hier erwarten, das könnt ihr vergessen, ja. Die Story ist wirklich ganz schwach, ja. Diese gezeichneten Zwischenszenen, die man aus Torchlight kennt, die sind hier wieder angewendet worden, finde ich völlig in Ordnung. Wie gesagt, für mich liegt hier kein Fokus in der Story, deswegen, also Story nicht, quasi nicht vorhanden. Es gibt eine Story, aber die ist jetzt wirklich nicht gut, ja. Und ansonsten, die, was ich auch noch negativ finde, ist, dass es zum Release die Stories noch nicht übersetzt worden sind. Das bedeutet, die sind in Englisch, ich habe jetzt kein Problem damit, aber ich respektiere auch die Leute, die das Spiel komplett in ihrer Sprache genießen wollen. Und das ist noch nicht vorhanden. Genauso gibt es auch noch das ein oder andere Attribut, was nicht übersetzt worden ist zum Release. Aber darüber kann man hinwegsehen, weil ansonsten sind die Übersetzungen gut gelungen und man versteht das ganze Spiel. Hier sehen wir einen wichtigen Bestandteil und zwar das Endgame Phasers Dungeon. Wir müssen verschiedene Herausforderungsstufen bewältigen. Ja, das Ganze geht bis Level 251. Ich zeige euch das mal, die werden hier durchgezählt, ja, pro Herausforderungsstufe. Aber warum es diese Stufen gibt, ist, wenn wir jetzt zum Beispiel hier bei Level 18 drauf gehen, dann starten wir wieder bei Level 16, also beim Anfang der Herausforderungsstufe, nicht ganz von vorne. Und am Ende einer Herausforderungsstufe gibt es immer einen Endboss. Neben den Stufen gibt es halt noch allgemeine Herausforderungsregeln. Ja, das sind nochmal, sage ich mal, Modifikatoren, die das ganze Game etwas schwerer machen. Und auf den einzelnen Karten gibt es dann auch nochmal unterschiedliche Modifikatoren. Zum Beispiel sind hier die Mobs schneller und greifen schneller an. Dafür kriegen wir auch mehr Holz, Stein und Metall. Ja, oder hier mehr Ausrüstungsbonus. Finde ich eigentlich ganz gut gelungen. Ist halt ein Grinder am Ende. Man muss halt versuchen, immer weiterzukommen, wenn man das Endgame schaffen will. Immer besseres Gear zu grinden und daher völlig in Ordnung. Viele bemängeln das, weil hier auch die Maps identisch werden irgendwann. Aber ist ja auch klar, so ist es nun mal beim Grind. Und deswegen finde ich, das ist eine gelungene Mechanik. Und wenn sie noch ein, zwei andere Endgame-Aspekte hinzubringen mit der Zeit, dann finde ich das Endgame wirklich ganz gut gelungen. Hier befinden wir uns in unserem Vor. Ja, in dem Vor kann man verschiedene Dinge quasi aufstellen und das ganze Designen. Hier, das ist jetzt kein schön designtes Vor, weil ich erstmal halt meine Charaktere pushen will und viele Dinge so aufgesetzt habe. Wie sie für den Spielfluss am besten sind, ja. Aber ihr könnt dieses Vor mit echt viel Stuff designen, ja. Viel Dekoration, viel Individualisierung und andere Spieler können auch euer Vor besuchen. Und in diesem Vor gibt es aber auch wichtige funktionale Dinge. Und deswegen finde ich das einen schönen Mix aus Housing, Style, Individualisierung, aber auch funktionalen Dingen, die ich wirklich gelungen finde. Also ich muss sagen, das Vor ist eine sehr, sehr coole Sache und macht auch wirklich Spaß. Und viele Dinge entwickeln sich auch mit der Zeit. Zum Beispiel hier dieser Baum, den kann man mit Ausrüstung füttern. Dafür kriegt man halt einen Buff. Und je mehr man dem halt gibt, desto größer wird dieser Baum. Und das macht ja auch Spaß, ja. Also das Vor wirklich auch wieder sehr, sehr gelungen. Hier sehen wir auch nochmal die unterschiedlichen Schwierigkeitslevel. Also für jeden was dabei. Ja, wirklich. Also vom Anfänger bis Höllig fünf unterschiedliche Stufen. Und noch dazu gibt es einen Hardcore-Modus, Einzelspieler- und Mehrspieler-Modus. Also da ist wirklich alles abgedeckt. Was geht, muss ich sagen. Und diese Schilder, die haben nochmal einen Hintergrund. Im Mehrspieler-Modus sieht man diese. Ich kann aber auch zurückschalten. Also ich starte auf Höllig, das Ding ist mir zu schwer. Und dann gehe ich halt auf Normal zurück. Das Ding ist halt ganz einfach. Im Mehrspieler-Modus sieht man dieses Schild. Und wenn ich dann zurückschalte, dann wird das umgewandelt in dieses Schild. Das hat natürlich den Hintergrund, dass niemand auf Anfänger durchspielt. Und dann auf Höllig schaltet. Und damit man halt dieses Schild hier hat. Sondern man muss das Ding dann auch wirklich durchziehen, um dieses Schild hier zu behalten. Das ist aber wirklich nur ein bisschen E-Pimmelchen. Und ansonsten kann man jederzeit die Schwierigkeitsstufe ändern. Ich komme nochmal auf die, wir nennen sie jetzt mal Skill-Trees zurück. Weil sie nicht so abhängig voneinander sind. Also die sind ja per Level freigeschaltet. Jeder Charakter hat hier zwei unterschiedliche oder zwei Basis-Skill-Trees. Und der dritte Skill-Tree wird über das Relikt definiert. Viele schreiben jetzt in ihren Reviews, das wäre alles zu einfach und so. Das ist ja gar nicht. Also erstens, es ist nicht zu einfach. Auf den höheren Leveln muss man tatsächlich Synergien bilden zwischen den Fähigkeiten und dem Gear. So wie dem Relikt. Also man muss schon ganz gut wählen, um schnell und erfolgreich zu sein. Ja, also so trivial ist das Ganze nicht, wie viele schreiben. Ich finde, es reicht völlig aus. Es soll ja kein PoE sein. Ja, ich finde PoE auch geil auf die eine oder andere Art und Weise. Weil es halt sehr, sehr komplex ist. Aber es soll ja gar kein so komplexer Skill-Tree sein. Aber trotzdem kann man nicht einfach wild skillen und denken, boah, man ist mega erfolgreich damit. Gerade auch völlig. Und im Dungeon wird es doch schon knackig. Und da muss man schon darauf achten, dass man Synergien zwischen den Skills und der Ausrüstung und dem Relikt findet. Und so muss ich sagen, es ist sehr gut gelungen. Es macht Spaß. Man fühlt die Änderungen. Man fühlt die verschiedenen Möglichkeiten. Und es sind sehr, sehr viele Möglichkeiten gegeben. Und das schreiben die Leute zum Beispiel nicht, dass man wirklich Charaktere unheimlich individuell, aber auch erfolgreich spielen kann. Du kannst jeden Charakter so, wie du ihn siehst und wie du ihn skillst, wenn du gute Möglichkeiten siehst und eine gute Synergie schaffst, erfolgreich durchbringen. Und das finde ich cool. Das finde ich extrem cool. Und das finde ich ist sehr gut gelungen. Ja, man kann einen Roboter mit Verderben, Bluttrinker, Kaltherz, Elektrode oder Pflanzenstörer spielen. Wie man möchte. Und jeder ist irgendwie auf seine Art komplett individuell, wenn man das dann mit seinen zwei Main-Skill-Trees verbindet. Hier sieht man jetzt auch nochmal sein Gear. Da ist ja das Ziel, wirklich sein Gear zu verbessern und seine Stats zu verbessern. Und hier gibt es wirklich sehr, sehr viel Flexibilität. Ja, und neben seinem eigenen Gear kann man auch noch seinen Begleiter ausrüsten. Ja, der Begleiter spielt ja auch nochmal eine wichtige Rolle. Dieser Begleiter hat auch noch eigene Fähigkeiten. Und ich möchte jetzt nicht zu detailliert da reingehen, ja, weil es soll ja ein kleines Review sein. Man hat neben den normalen Gear auch noch das Legendarium, wo man legendäre Gegenstände anziehen kann, die man gefunden hat, um sich die Buffs abzuholen. Also all diese Synergie-Möglichkeiten, die machen das Ganze schon sehr individuell. Und es gibt eine Menge Stuff zu farmen. Und man kann allein über das Gear verschiedene Arten spielen, ja, zum Beispiel total defensiv oder total offensiv oder voll auf Crit oder voll auf Life-Rack, ja, oder voll auf Defense der Elementare. Also da gibt es echt verschiedene Möglichkeiten. Und das können die ja, das kannst du nach 5 bis 10 Stunden gar nicht erkennen. Ja, das meinte ich ja. Und das ist wirklich, wirklich, macht wirklich eine Menge Spaß. Kommen wir nochmal zum Loot. Es gibt wirklich eine Menge Loot in dem Game, ja, und das finde ich cool. Und einige schreiben, der Loot wäre Müll. Dann haben sie das Game-Prinzip nicht ganz so verstanden, weil man soll ja auch Geld ausgeben, um dann, oder man soll viel Loot finden, auch teilweise verkaufen, um dann zu re-rollen. Und es gibt noch so Attribute wie zum Beispiel Ausrüstungsfund, besondere Karten mit Ausrüstungsfund. Jetzt sagt man, ja, natürlich, das bedeutet nur, das schraubt nur die Quantität hoch, aber mehr Loot, der gedroppt wird, bedeutet auch gleichzeitig höhere Chancen auf höherwertigen Loot. Deswegen möchte ich das nicht bestätigen, dass einige schreiben, es gibt viel schlechten Loot und auch gerade im Endgame viel schlechten Loot. Ich glaube, da wurde noch nicht genug experimentiert und dazu werde ich auch noch Guides rausbringen, wie man am erfolgreichsten farmt, weil ich kann mir das nicht vorstellen. Bis jetzt in dem ganzen Level-Prozess muss ich sagen, es war ein sehr schöner Mix aus Legendaries, die man ab und zu gefunden hat, wo man sich dann besonders freut, ja, und guten Items, die man so findet, womit man sehr, sehr gut leveln kann und womit man sehr, sehr gut das Endgame beschreiten kann. Also das kann ich absolut noch nicht bestätigen. Und zu den Bugs müsste ich sagen, ich hatte einen einzigen Bug bis jetzt, ja, und da wird auch echt immer dran gearbeitet, sobald irgendwas bekannt wird, wird sofort ein Hotfix aufgespielt, also ein sehr, sehr stabiles Game. Ja, wirklich ein sehr, sehr stabiles Game. Einmal ist bei mir ein Boss nicht aufgetaucht, jo, dann habe ich halt die Map neu geladen, ist halt ein bisschen ärgerlich, aber ansonsten, da gab es schon viel schlimmere Fälle. Hatte ich bis jetzt in der Zeit keinen einzigen Bug mehr seit Full Release. Nebenher gibt es auch noch einen sehr gut funktionierenden Koop-Modus, ja, ihr könnt mit euren Freunden spielen. Es gibt jetzt kein Matchmaking-System, aber man findet Leute im Chat, ähm, zumindest habe ich das mitbekommen, ja, ich habe es selbst noch nicht getestet, weil ich durch die Streams, durch YouTube und so weiter, ähm, viele Leute kenne, mit denen ich, ähm, Gott sei Dank spielen darf und kann. Ähm, es macht natürlich am meisten Spaß, mit irgendwelchen Homies zusammen zu spielen, ähm, ansonsten, Matchmaking, wie gesagt, gibt es nicht, ähm, vielleicht wäre das noch eine coole Idee. Wäre, ähm, wäre auf jeden Fall wünschenswert. Einige Spieler wünschen sich das Ganze und, ja, ich wollte euch einfach nochmal einen groben Überblick geben, wenn ihr neu seid, wenn ihr das Game noch gar nicht kennt, wenn ihr noch nicht auf meinem Kanal wart, schaut euch meine Playlist an. Da seht ihr auch nochmal Beginner-Tipps, Gameplays und, äh, da könnt ihr nochmal, äh, euch tiefere Informationen zu dem Spiel holen, weil ich kann jetzt wirklich nicht auf jede Einzelheit nochmal eingehen, aber ich denke, ich habe euch einen groben Überblick geben können. Kommen wir zu einem der wichtigsten Bestandteile in meinem Video und zwar mein Fazit zu Torchai 3. Ähm, ich muss sagen, es ist ein sehr, sehr stabiles Game, was mega viel Spaß macht, was, ähm, wo man echt viel Spielzeit versenken kann. So, es ist nicht der absolute Hit, ja, dazu fehlt es tatsächlich an Story, an verschiedenen Trash und nochmal an, ähm, Elementen im Map-Design, im Sound-Design und so weiter, damit es wirklich ein absoluter Top-Hit wird. Aber, man kann das Game ja noch verbessern, aber es macht auch Spaß, man kann ja wirklich viele, viele Spielstunden versenken. Ihr könnt euch alle meine Kommentare anschauen, ähm, da sind so viele Leute, die sagen, ey, Dread, ich habe das Game wegen dir gekauft und es war, ich bereue nichts. Ja, keiner ist hingegangen und hat gesagt, du Penner, ja, warum hast du mir das Ding empfohlen? Also, da habe ich absolut kein schlechtes Gewissen. Die Frage ist nur, will man in Anführungsstrichen 40 Euro ausgeben? Ich verlinke euch hier unten auch nochmal meinen Link, da bekommt ihr das Game auch günstiger, ähm, wenn es wieder vorrätig ist, ja, wurde jetzt auch, äh, ausverkauft. Schaut einfach mal drauf, damit supportet ihr mich auch und wie gesagt, man muss keine 40 Euro ausgeben, man kriegt das Game, glaube ich, auch schon, wenn man ein bisschen recherchiert für 25 Euro. Und ganz ehrlich, ich rechne das immer um, Spielstunden in investierte Euro, ja, und dann sind das bei mir, ähm, 20 Cent, keine Ahnung, pro Spielstunde und ich finde, das ist ein absolut, äh, fairer Preis, ja, wer sich nicht ganz sicher ist, wartet auf einen Sale, das wird sicherlich irgendwann kommen bald und dann holt euch das Game. Ihr werdet es nicht bereuen, wenn ihr solche Action-RPGs, solche Grindr mögt, ja, ähm, ihr werdet es nicht bereuen. Für die absoluten Story-Leute unter euch, für die ist das Game nichts, ja, wer eine absolut krasse Story erwartet oder, oder, äh, das braucht, für den ist das Game nichts, weil, wie gesagt, die Story ist echt nicht gut. Gut, that's it, also ich hoffe, ich konnte euch bei der Kaufentscheidung helfen, ansonsten, ähm, schreibt es in die Kommentare, die beantworte ich sehr gerne, schaut auf einem oder in einem meiner Livestreams vorbei, ja, auch hier unten in der Infobox verlinkt. Ansonsten hier oben die Infocard, die komplette Torture-Playlist, da könnt ihr euch auch nochmal detaillierter informieren und ansonsten, wenn ihr auf Gönner-Modus seid, dann lasst mir doch ein Abo da, würde mich sehr freuen. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal, bye, bye, euer Dried, danke, dass ihr da wart, ciao.